So Leute, ich bin mal wieder zurück mit einem kleinen Intro-Video, nämlich wenn wir uns die Map mal angucken, was fällt euch genau auf? Ich denke mal, nehme ich jetzt mal den ersten, auf den allerersten Blick erstmal gar keinen, aber guckt mal genau hier hin. Es gibt einen neuen Krater, nämlich Krater Nummer 3. Ich habe nur gerade eben zufällig bei jemand anderem gesehen, dass der Krater da ist. Da war doch vorher der Außenposten und der Loot ist da wirklich zu krank. Aber ich bin mal gespannt, wie viele jetzt da landen, wie schnell das Ganze jetzt rumgeht. Wir gucken uns das Ganze natürlich mal an. Ich bin jetzt hier einfach eine stinknormale Solo-Runde reingegangen. Der Krater ist ein bisschen groß. Mal gucken, wie viele hier landen. Rifts sind natürlich auch da. Ihr seht schon 1, 2 Bosskisten, 3. Normale Kiste. Also hier ist wirklich eine Menge. Ja, du warst zu neugierig. Aber jetzt muss ich die Runde ja eigentlich zu Ende spielen, gell? Kronensieg. Aber ihr seht schon, wie viel Loot hier eigentlich ist. Allein die drei Kisten plus noch die normalen Kisten, die eventuell hier rumliegen. Also wie gesagt, guckt euch das Ganze einfach mal selber an. Ich würde sagen, wir kommen dem Countdown langsam immer näher von der Season. Und ich habe ja gesagt, ich bin jetzt halt wirklich wieder voll in Fortnite drin. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Vergesst nicht, im Video bitte ein Like da zu lassen. Einfach nur, mich zu unterstützen. Und ihr seht, wir waren jetzt drei besondere Kisten. Plus nochmal eine normale... So, ich würde sagen, Loot kann sich sehen lassen. Risiko ist natürlich nur, wenn ihr hier unten drin seid, dass ihr natürlich easy weggehauen werden könnt hier unten. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit der Season. Level 200, wie viel weit bin ich jetzt? 196. Aber ich denke mal 200 werde ich auch definitiv noch hinkriegen. Und in dem Sinne, euch wie gesagt, viel Spaß noch und haut rein.